Hallo ihr Lieben, hier haben wir wieder mal ein Paket. Zum Auspacken, ich muss mal ein bisschen Platz machen hier und dann gucken wir mal was drin ist. So, wie immer haben wir viel Papier und siehe da, Wachsmalstifte fixativ. So, gucken wir mal, also hier habe ich von Sennelier mir mal das Set mit den Ölpastellen bestellt, weil nachdem ich diese wasserlöslichen Wachsmaler hatte, fand ich das Malen mit Wachsmalern tatsächlich richtig gut und habe mir deswegen welche gekauft, die nicht wasservermalbar sind, weil ich genau diesen Effekt der Ölpastelle haben wollte bzw. das einfach schön finde. die kann man ja so schön verreiben mit den Fingern und ja, das fand ich irgendwie interessant, hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich mir noch gleich zu den normalen, die irisierenden dazu bestellt. Mal schauen, wie die aussehen. Sehr schön verpackt auf jeden Fall. Oh, ja, so, das hat schöne Farben dabei. Ich bin mal gespannt, wie es auf Papier aussieht, wahrscheinlich besonders gut auf dunklem Papier. Aber schön sind allerdings kleiner als ich gedacht habe, aber trotzdem reicht erst mal. Die Produkte verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. Da haben wir die große Packung, das sind 48 Stück. Ich dachte, das wäre so eine gute Mischung, nicht zu viel, nicht zu wenig. Auch in einer sehr schönen Kiste, sehr stabil. So, oh, und hier an der Seite sehe ich gerade, sind auch alle Farben einmal drauf. Das finde ich auch schön, ist so ein bisschen sehr klein. Ja, und da wollen wir jetzt natürlich auch mal reingucken. Auch sehr, sehr hübsch verpackt. Hier sieht man alle Produkte, die es von Sennelier anscheinend gibt. Ach, nochmal, ah, eine Farbkarte, auch toll. Oh, so, wow. Das ist natürlich eine ordentliche Auswahl. Ich denke, damit kann man schon eine Menge anfangen. Ich kenne mich nicht aus mit Ölpastellen, ich weiß nicht, wie sie sich vermischen, wie sie übereinander liegen. Deswegen habe ich gedacht, eine große Auswahl an verschiedenen Farben ist sicherlich sinnvoll. Und das werden wir natürlich auch alles noch ausprobieren. Und ein bisschen schlau habe ich mich natürlich schon gemacht, auch wenn ich oft keine Ahnung habe. Aber mir war natürlich auch wichtig, dass das Bild hinterher nicht mehr, ja, dass man es fixieren kann. Denn diese Ölpastelle ist ja logisch, wenn man die mit den Fingern verschmieren kann, dass die auch jederzeit wieder sich verschmieren. Beziehungsweise wenn ich dann ein Bild rahme, dass dann die Farbe am Glas kleben bleibt. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich auf jeden Fall das passende Fixativ dazu bestellt. Ich denke, das macht auch Sinn, speziell bei allen Pastellen, auch bei den Kreidepastellen. Das ist ja, das löst sich ja alles wieder ab, sonst das wäre schade. Und wie gesagt, ich habe mich noch mal schlau gemacht. Für Pastelle gibt es auch spezielles Papier, das wusste ich auch noch nicht so genau, aber das macht auch Sinn. Deswegen habe ich mir von Tiziano das Pastello Pastell Papier bestellt. Einmal in weiß, das Papier hat 160 Gramm. Es sind 24 Blätter auf diesem Block und dieser Block hat ein Maß von 30,5 x 41, also auch kein gängiges Maß, aber das macht nichts. Und natürlich einmal in schwarz, weil ich denke, dass die Pastelle gerade auf schwarz natürlich mega gut aussehen. Und ja, das werden wir einfach mal austesten. Das ist diese Bestellung und dann wollen wir das Ganze mal sehen. So, ich habe jetzt mal da was vorbereitet. Die Farben habe ich mir zurechtgelegt, die irisierenden. Ich habe mal das schwarze Papier von Tiziano genommen, weil da wollten wir ja sehen, wie das aussieht. Und meine Finger sind auch breit. So. Dann werden wir einfach mal losmalen. Ich werde es einfach mal mit einer leicht abstrakten... So kann man es auch machen, gleich unterm Fingernagel. Mit ein bisschen, ja, mit einer Landschaft versuchen. Einfach mal so oder Bäumen und Büschen und... Wow. Also auf jeden Fall, Leute, kann ich euch sagen, super cremig die Geschichte. Das Auftragen ist echt schön. Oh, extrem weich. Ich glaube, die Kleinen werden relativ zügig alle sein. Wie ihr seht, schon ganz schön was weg. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.